Ich war wild entschlossen, in meinem Leben einen beruflichen Ausdruck zu finden, der mich erfüllt, der mich begeistert, der mir Freude macht und mit einer Sache, die ich auch tun würde, wenn ich es nicht mehr nötig hätte, Geld zu verdienen. Mein Name ist Jens Kühler und ich gebe Seminare mit dem Ziel, den Menschen, die zu mir kommen, Hinweise zu geben, wie man intensiver, erfüllter, gesünder, erfolgreicher leben kann und das Leben zu führen, das zu einem passt, das einem erfüllt und begeistert und von dem man am Ende des Lebens sagen kann, mein Leben hat sich so richtig gelohnt. Die Weichen dahingehend haben sich bei mir im Alter von 18 Jahren gestellt. Ich war zu dieser Zeit Soldat im Auslandseinsatz und ich habe Menschen gesehen, die alles verloren hatten, die in Ruin gelebt haben, die sich darüber gefreut haben, eine Wasserflasche zu bekommen oder eine Fischbüchse. Ich habe in dieser Zeit gelernt, dass relativ wenig dafür notwendig ist, wirklich glücklich zu sein, dass weder viel Geld, Besitz oder Ruhm dafür notwendig ist, aber auch gelernt, was es heißt, Todesangst zu haben, in unbeständigen Situationen irgendwie einen klaren Kopf zu behalten und für sich herauszufinden, was wirklich zählt. Denn wenn man Menschen sieht, die dankbar sind und sich freuen über eine Flasche Wasser oder eine Fischbüchse und bereitwillig ihren Kochgeschirr mit einem teilen wollen, von dem sie vier Tassen haben und dann zwei mit auf den Weg geben möchten, damit sie das Gefühl haben, etwas geben zu können, dann ist das etwas, was ganz tief etwas mit einem Menschen macht, besonders wenn man 18 Jahre alt ist. Es waren aber auch viele andere Lebenssituationen in dieser recht aufregenden Zeit, so dass ich selbst körperlich erkrankt bin und mich daraufhin anfing, dafür zu interessieren, wie denn gewisse Lebensumstände sich auf unsere Psyche, auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlbefinden auswirken und was für einen starken Einfluss das haben kann. Das wiederum führte dazu, dass ich zehn Jahre später in eigener Praxis mit Patienten gearbeitet habe, die krank waren. Doch während dieser Arbeit in der Praxis fiel mir relativ schnell auf, dass es nicht das war, was mich wirklich begeistert und erfüllt hat. Dass es nicht dieser freudige, leichte Ausdruck von Arbeit war, den ich gesucht hatte. Denn die Lebenssituationen, die sich auf unser Wohlbefinden, auf unsere Gesundheit auswirken, waren bei meinen Patienten sehr festgefahren. Oder sie hatten nicht mehr die Kraft, wirklich etwas in dieser Lebenssituation zu verändern. Oftmals kam es mir vor, als ob ich versuchen würde, einem Ertrinkenden das Schwimmbad zu bringen. Was mir allerdings auffiel in dieser Zeit, war, dass gewisse Lebensumstände, gewisse Lebenssituationen besonders häufig vorkamen. Es gab auch ganz häufig Probleme im zwischenmenschlichen Bereich, finanzielle Probleme oder halt wenig Selbstvertrauen, viele Ängste oder einfach nur das Gefühl, nicht so richtig zu wissen, warum stehe ich denn morgens auf, wozu das alles. Also eine gewisse Sinnlosigkeit, die sich im Leben breitgemacht hat, keine Freude, keine Erfüllung und die letztendlich zu diesen Situationen geführt hat. Also habe ich mich gefragt, wie müsste ich ein Leben gestalten, wo der Körper nicht die Notwendigkeit sieht, mit körperlichen Reaktionen zu reagieren. Und ich habe mich auf die Suche gemacht. Ich habe nach Menschen geschaut, die diese Bereiche für sich gemeistert haben, die finanziell gut dastehen, die voller Vitalität und Lebensfreude strotzen, die etwas gefunden haben, das sie erfüllt, das sie begeistert, das sie mit Freude machen und dadurch sogar noch ihr Lebensunterhalt verdienen können und meistens sogar weitaus mehr, als sie tatsächlich benötigt haben. Ja, ich bin auf der ganzen Welt herumgereist, um diese Menschen zu besuchen, um sie zu interviewen, um mit ihnen zu arbeiten, um teilweise sogar mit ihnen zu wohnen, um von ihnen zu lernen, wie man sich aktiv ein Leben gestaltet, das zu einem passt, das einen mit Freude und Begeisterung erfüllt und das zum Ausdruck bringt. Und das Ganze fließt in meine Seminare, in meine Kurse, in meinen Trainingsreihen, was ich von diesen Menschen gelernt habe, was ich auf meinen vielen Reisen um die Welt gelernt habe, was ich in meinen verschiedensten Berufen gelernt habe, in denen ich gearbeitet habe. Ich habe im Rettungsdienst bei der Feuerwehr gearbeitet, ich habe am Notruftelefon gearbeitet, ich habe im Krematorium gearbeitet, in Bars gearbeitet, als Dozent gearbeitet, als Schulleiter gearbeitet und noch ein paar Dinge mehr in meinem Leben gemacht. Und all das fließt in meine Seminare mit ein, in meine Kurse mit ein, in meine Trainings mit ein, weil diese Lebenserfahrung habe ich nicht aus irgendwelchen Büchern, habe ich nicht aus irgendwelchen Seminaren, sondern überwiegend selbst erfahren. Und dadurch bekommen meine Kurse, meine Seminare eine ganz andere Dynamik, ein ganz anderes Feedback. Ich kann meine Seminarteilnehmer verstehen, ich kann mich in die Situation hereinversetzen und ich erkenne relativ schnell, an welchem Punkt jemand steht und welche Dinge zu verändern sind, um dorthin zu kommen, wo die Menschen hinwollen. Ja, das ist meine Arbeit, die ich heute für mich sehe, die mich erfüllt und begeistert. Und das Gleiche wünsche ich mir auch für meine Seminarteilnehmer und dafür setze ich mich mit meiner ganzen Kraft, mit meinem ganzen Können, mit meinem ganzen Wissen ein, um ein Seminarteilnehmern auch dieses Leben zu ermöglichen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!